nintendo präsentiert von alphadream entwickelt startet mario luisi super sasaga heute abend ab 20 uhr oder etwas später auf meinem kanal als live stream projekt ich freue mich so doll endlich dieses spiel spielen zu können es ist grafisch echt genial für damalige feiern ist die story ist super episch und ich werde euch hier in diesem kleinen review preview ich sage mal review aber das ist so nachdem eine preview wird das wie bei paper mario 2 um euch kurz zu zeigen wie das ganze im let's play dann im live stream let's play aussehen wird das hier ist mein damaliger spielstand den werde ich mal löschen den brauchen wir nicht mehr tut mir zwar leid ich war extrem weit schon aber egal wir werden das ganze jetzt mal als story sehen worum geht's denn ein botschafter der freundschaft aus bohnenland trifft ein ehre den pilz krönigreich und freundschaft unseren ländern königin marmella sendet euch tief berlin oh mein kiaaat Nein, nein, nein. Was ist denn los? Willst du denn kein Radio? Nee Mario Wo ist er von Prinzessin Peach? Du voll der Prinzessin Melanie, voller Stalker Wo ist er denn? Hallo, da singt doch jemand Oh mein Gott Was habe ich denn da gesehen? Bist du eigentlich behindert? Ich warte gerade am Duschen P-p-p-pitch Ah Luigi, komm mit Oh mein Gott Ja Ihr seht Die Story Bowser, was machst du da? Oh mein Gott Baaah Oh, nicht zu fassen Als hätten wir nicht schon genug Probleme So eine Fall, ich halte mich einfach hinter uns anzugreifen Bowser Ich denke das kann ich erklären Mario Der erste Kampf seit langer Zeit, oder? Soll ich dir vielleicht die Action Commandos erklären? Ja Ja Also Also hör genau zu Zunächst musst du mich angreifen Nicht mich, sondern Bowser Halt Mit Drücke im richtigen Moment A Wenn das Timing stimmt, kannst du deine Gegner härter treffen Zu Angriffen Zu Angriffen gibt es immer Action Commandos Aber probieren geht über Studieren Und weiter Mario Mario Das hatte ich ganz vergessen Du kannst Bowsers Angriff aufweichen Soll ich dir das erklären? Ja Bin voll der Noob Gut Einen Angriff bitte Halt Drücke im richtigen Moment A Ja Das habe ich doch hingekriegt Yeah Mario Du bist der coolste Weißt du im richtigen Moment aus, bist du nicht verletzt Die Möglichkeit zum Ausweichen Wird hier angezeigt Also im Hintergrund Achte auf gegnerische Bewegungen und weiche den Angriffen aus Und weiter Joa Also Die ist echt cool Das ganze wird für euch in 1080p at 60fps laufen Wenn alles gut läuft Ich habe nämlich keinen Bock die Quali runter zu schrauben Weil Habe ich mir so viel Mühe für gegeben Und in nem Test Livestream lief das ganze eigentlich recht flüssig Boah Boah Was habe ich eigentlich getan? Schluss jetzt! Der Lager ist viel zu ernst Für so einen Unfug Stimmt Etwas Schreckliches hat sich eignet Ein vermeintlicher Freundschaftsbotschafter aus dem Nachbartenbodenland war hier im Pilzpalast Dieser Schuft hat die Stimme von Prinzessin Peach gestohlen Und jetzt hat die Prinzessin diese bombige Stimme Oh mein Gott Oh mein Gott Wie toll Mit der Stimme Mit der Stimme Plattpatt mir Peach Mein Pattpatt Lass Kurz und klein Falls sie Ja Zu Besuch ist Mario Du musst was tun Du bist sonst auch immer der coolste Mario Bitte 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 Du musst den Prozess in ihre schöne Stimme zurückbringen Das heißt Er ist bekanntermaßen bohnenländischer Herkunft Du sollst die Sache mal direkt im Bodenland untersuchen Hahahaha Finden Tätner und kriegen Knöpfen ihm die Stimme ab und bringen sie zurück Und nebenbei kriegt er aufs Maul Mein Vieh Mit meinem fixen Cooperjet Sind sie flog zum Boden lang Komm Mario wir müssen los Oh mein Gott schnell weg hier Ähhh Ein neues Abenteuer beginnt Aber du scheinst mir ein wenig aus der Übung zu sein Seh dich doch erstmal um und vertritt dir die Beine Sprich auch mit den Toads Die haben sicher einige Tipps verraten Ja Jetzt können wir uns endlich auch mal frei bewegen Mehr werde ich aber auch nicht zeigen Denn ich will euch ja nicht zu viel vorber- Äh zu viel ähm Joa wie soll ich sagen Äh Vorweg nehmen Ich hoffe dieser Eindruck zur Story Hat es schon mal Vielversprechend äh Ah Das ist mein Pilz Danke Vielen Dank Mal langsam Mario Gibst du mir bitte den Pilz zurück Oh Oh Dankeschön Übrigens da geht's doch nach Bonnath oder? Dann nimm das hier Ein Superpilz Na dein hoher Sprungkraft Okay er gibt eine normale Pilze für einen Superpilz ab Toll Tolles Geschäft Pilzansage aber Peach Wappenstimmung Okay Wenn euch diese Preview Gefallen hat Lasst doch ein Like da und gazet heute Abend während beim 1. Gard 1. Lives Update von Mario und Luigi Superstar Saga ein. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Und ciao. Bis dann.